Wahnsinn, wir brauchen Frieden. Ja natürlich, der gute Mann regt sich auf, ich weiß nicht warum, er sagt, ich sei ein Heuchler, weiß ich auch nicht warum. Fakt ist, Fakt ist, guter Mann, Fakt ist, diese ganzen Waffenlieferungen und die Sanktionen haben nichts gebracht außer Leid und Tod. Die Politik der Regierung ist verheerend, gerade für den Menschenrechtsfreien. Wir sehen überhaupt nichts, was passiert. Wir haben gerade geschickt, wenn wir Sinderwirkung machen, wir haben keine Rekstimmung, wir haben gerade die Rekstimmung, wir haben gerade die Rekstimmung, die wir haben, am Rekstimmung. Wir sehen hier, die Schuhele, die wir hier haben, die wir hier haben. Schön langsam laufen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.